Oh, cool. Direkt gekontert. Wollte eigentlich angreifen. Easy, easy hier. Hier muss ich eh wieder klettern. Machen wir das doch mal flink. Tja, die Frage ist, sind wir jetzt hier in einem Vorort von Rom oder ist das hier schon ganz Rom? So wie in Flori praktisch die Sumpfländer da. Oh, ein Glück. Sonst hätte ich hier wieder Schaden bekommen ohne Ende Sturzschaden. Ey. Nicht mit Papa Schlumpf hier. Trottel, Trottel. Ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber es klingt cool. Ich sollte mir mal so spanische Sprüche. Kann ich die auch beleidigen. Aber ob sich das jetzt noch lohnt? Ich will wetten, irgendwie will ich, rechne ich regelrecht damit, dass wir gar nicht dazu kommen werden, den Spanier zu eliminieren. Weil er irgendwie nicht gerade hier ist oder weil wir aufgehalten werden oder sonst was. Ich weiß nicht, dass wir gar nicht mehr tun werden, den Spanier zu erinnern, den Spanier zu erinnern, den Spanier zu erinnern, den Spanier zu erinnern, den Spanier zu erinnern. Wie ich die sowas von fertig mache. Bringt die auch nichts, bringt die auch nichts. So, hoffentlich sind wir bald mal da. Gucken wir uns mal die Stadt hier so ein bisschen an. Ja, sieht schick aus. Ist mal was anderes, ne? Bam! Was für ein Attentat. Was für ein Attentat. Juhu! Feinde dezimieren! Frechheit! So, los, los! Ja! Zack, ein Dicken erledigt! Swarza? Oder was hat der gerade gesagt, so wie wir den Swarza erledigt haben? Ach, er will mich doch nur angreifen. Da darf ich ihm doch nicht jemand unterbrechen bei. So, also ich würde mal sagen, der Spanier hat hier eine Pistverteidigung. Die ist ja echt nichts wert hier. Okay. Och, die stehen da aber auch... Die stehen da aber auch richtig gut positioniert für mich. Für mich natürlich. Okay, hier am Ende scheint unser Ziel zu sein. Was macht der denn da? Oh ja, okay. Weil du ein Nichts und Niemand bist. Bestimmt der Handlanger eines Adeligen. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Lass mich hinbringen. Noch ein Sild, ne? Dann, das ist nichts. Zack. Ohne entdeckt zu werden bisher. Ja, jetzt wo ich nicht entdeckt werden muss, oder wo es egal ist, werde ich natürlich nicht entdeckt. Ohne entdeckt zu werden. Jetzt werde ich wieder entdeckt. Bam! Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte, ich stünde darüber. Das ist er, glaube ich nicht. Das ist er, glaube ich nicht. Kostet zu viel. Requiescat im Pache, du Bastard. Das glaube ich nicht. Oh, war so klar. Wow, voll die Imba-Power. Alter, der hat ganz schön Power damit. Wie kannst du widerstehen? Ha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Hahaha. Ah, immer ein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Hm. Freu dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Oh ja, jetzt ziehen wir hier die Almualim-Nummer ab. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Du hältst mich nicht auf. Ein kluger Trick, aber nutzlos. Ich strecke dich nieder, Assassine. Ja, fürchte mich nur. Was glaubst du, wie lange du durchschalten kannst? Ich strecke dich nieder, Assassine. Ich strecke dich nieder, Assassine. Du hältst mich nicht auf. Was glaubst du, wie lange du durchschalten kannst? Ein kluger Trick, aber nutzlos. Nein, das wirst du mir nicht nehmen. So, den Kampf habe ich jetzt unkommentiert gelassen. Und jetzt werde ich auch wieder unkommentiert sein. Und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Endlich. Oha. Oh, oh. Zurück zu dir. Na, gehört vielleicht alles noch mit zum Plan von Ezio, oder ist das wirklich das Ende? Der Ezio ist noch nicht am Ende. Es geht also noch ein bisschen weiter. Aber er hat doch noch den Sack da an der Hüfte. Ist da nicht der Eden-Apfel drin? Der Eden-Splitter? Der Eden-Apfel. Genau. Genau. Okay, toll. Stumpf, ganz ehrlich. Dazu hat er jetzt... Ach, ne. Dazu hat er es nicht gebraucht, sondern da unten braucht er es wahrscheinlich drin. So, füllen wir erstmal unser Leben wieder auf. Uh, mit Beleuchtung? What the fuck? Voll hochmodern hier alles. Alter, wie awesome. Was versucht er denn da? Öffne dich, verdammt. Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Er hat ne Kopie, oder was? Keine Waffen mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut. Wenn du es so spielen willst. Okay. Prügeln wir uns mit ihm. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten das nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt an diesem Ort. Bam! Hab ich hier im dicken Konter reingedrückt. Wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logisch, als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Ja, aber... ...leben vorzuhrenden Engeln und vor Saunenköhren. Mein liebliches Bild. Doch die... Warm, warm, schön in seine Eier. Oh, noch eine Kopftus. So. Was glaubt ihr tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Schön liegen bleiben, Alter. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was immer hinter dieser Wand ist, es wird sich Stab und Apfel nicht widersetzen können. Sie wurden erschaffen, um Götter zu fällen. Oh, okay. Gut zu wissen. Sein erster Treffer. Streuen wir ihm ein bisschen Sand in die Augen. ...aus diesem lächerlichen Buch? Achso. ...und Aberglaube. Genau wie jedes andere religiöse Traktat aus den letzten 10.000 Jahren. Alter. Ja. Jetzt. Schlagen. Ich drück doch schon. Achso, muss ich mehrfach? Er ist erledigt. Er ist erledigt. Jetzt endgültig. Komm schon. Oh nein. Oh nein. Nein. Es ist meine Bestimmung. Meine. Ich bin der Prophet. Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten, wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Ich bin noch ruhig. Ich bin noch ruhig. Ich bin wieder ruhig. Ich bin noch ruhig. Ich bin noch ruhig. Ich bin noch ruhig. Nein. Ich bin noch ruhig. speicher Davor war ich, Merva und Mera und noch viele davor. Auch die anderen. Junu, die vorher Uni hieß, Jupiter, der vorher Timia genannt wurde. Ihr seid... Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach... Vorherter. Ja, auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren... Fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß, ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen, aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit Geld zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Okay, crazy shit. Schleischlich waren und unsere Heimat intakt. Verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die Leben gaben. Wir waren stark. Aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir erschufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe. Doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schworen wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln. Erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns. Rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest. Wenn du ihre Arbeit rettest. Dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell. Die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir. Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Da haben die doch tatsächlich gewusst, dass praktisch Desmond die Erinnerungen durchspielen wird. Ja, was zur Hölle. Ehrlich mal. Heftige Lage. Oh ja, das war Assassin's Creed 2. Alter Schwede. Geiles Ende. Ein sehr offenes Ende. Ein Glück, dass ich jetzt alle drei Teile habe und sie alle drei spielen kann. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich durchgedreht bei dem Ende. So ein richtig offenes. Ja, also es hat auf jeden Fall wesentlich mehr gebockt als der erste Teil. Diese Wirtschaftssimulation, die da praktisch noch mit drin war mit dem Upgraden und so, hat mir sehr gut gefallen. Hoffentlich behalten sie das auch in Brotherhood bei. Und es ist noch nicht vorbei. Ich bin ruhig nochmal. Oh, geil. Wir haben eine Assassinenklinge bekommen. Das ist doch angenehm. Alles klar, wir kümmern uns hier während des Abspanns um die Templer. Ja, zum Spiel. Grafik hat sich verbessert. Ja, wie gesagt, Grafik hat sich verbessert. Der Sound ist geil. Der Soundtrack ist hammermäßig. Es spielt sich klasse. Auch bis auf ein, zwei kleinere Sachen, die mich richtig aggro gemacht haben. Oh, der alte Sack. Unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an sie vergolden. Schön, dass sie mir den Ärger sparen. Was wollen sie wenig? Dass sie nach Hause kommen. Wir vermessen sie ja, klar. Leck mir die Klöten. Wir haben nur so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Mr. Ich habe ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Okay. So, danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument. Ha. Soweit ich weiß, waren sie dabei. Neben mir. Die ganze Zeit über. Das Blut klebt an ihren Händen. Genauso wie an Mann. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Okay. Bam. Ja, Desmond hat es inzwischen auch schon ganz anständig drauf. Hu. Zack. Ja. Wir metzeln uns jetzt hier während des Abspanns durch die Massen. Uh. Voll ins Auge ging der. Wo ist er denn? Na. Geh schon drauf. Muss das denn sein? Ja. Liegt ganz bei dir, ne? Bam. Schön in den Rücken. Oh, die hat einen Knippel aufgehoben. Okay. Hammer. Na, der hat doch irgendwie noch was in der Hinterhand. Solange sie können. Ja. Okay. Ja, haut ab. War klar. Desmond. Wir müssen los. Schon klar. Ähm. Ja. Zum Spiel ist alles gesagt. Ich freue mich wie eine Bockwurst auf Brotherhood. Ich denke, das werde ich gleich morgen anfangen. Mal schauen, wie ich das mit den Daten verschiebe. Dass ich Platz genug habe. Insofern würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber... vielleicht... es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet georgisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaften. Ja, irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, diese Minara, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Wände an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay. Am besten fange ich an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Amen. 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 Und weiter geht's.